Ein Leben im Rollstuhl. Sich fortbewegen auf Rädern. In einer Welt, die doch eher für Menschen gemacht scheint, die laufen können. Wie muss sich das anfühlen? Ich wage den Selbstversuch. Einen Tag lang im Rollstuhl, auf dem Land, im Zug und in der Stadt. Heute immer an meiner Seite die zehnjährige Emily. Sie sitzt von klein auf im Rollstuhl. Für sie ganz normal. Sie hat sogar in ihrer Schule einen Rollstuhl-Parpour organisiert, damit ihre Mitschüler mal nachempfinden können, wie es ist, im Rollstuhl zu sitzen. Das hat mich neugierig gemacht. Deshalb treffe ich heute Emily und ihre Familie zu Hause in Großschneen. Wie lange sitzt du denn schon im Rollstuhl? 20. So ziemlich schon immer. Emily ist mit diesem umgangssprachlichen, offenen Rücken zur Welt gekommen. Und das strahlt in zwei Richtungen aus. Bei Emily ist es leider nach unten geschlagen, und daraus haben sich immer schon Probleme ergeben, weil sie ab Knie abwärts auch nichts spürt. Zu Hause krabbelt sie trotzdem durch die Wohnung und spürt ganz normal mit ihren Schwestern. Ich kann es mir selber nicht vorstellen, die Weine nicht zu spüren. Man probiert es ja immer, das nachzuvollziehen. Aber das ist, ich glaube, hoffnungslos, so etwas zu probieren. Man muss selber im Rollstuhl sitzen, um das manchmal zu verstehen. Oder man muss mal im Rollstuhl sitzen haben. Und genau das will ich jetzt zumindest versuchen zu verstehen. Los geht's. Dann setze ich doch da einfach mal in den Rollstuhl. Okay, machen wir das mal. Also einfach jetzt mit den Händen so hier außen langstehen? Okay. Auf gar keinen Fall da drin. Da kann man sich quetschen. Okay, das ist schon mal ein guter Hinweis. Und weg ist sie. Okay, Emily, du bist auf jeden Fall schneller als ich. Ich guck einfach. Ja. Man merkt jetzt schon, man muss auf jeden Fall sehr viel aus den Armen hier arbeiten. Wie bremst man denn? Wie bremst man? Das ist die große Frage. Noch nicht mal aus der Einfahrt raus und schon starten die ersten Problemchen. So, ich versuche erstmal hier so ein bisschen über die Kante zu kommen. Das ist schwierig, ne? Mit ein paar Anläufen klappt es dann aber. Da kann die wilde Fahrt ja losgehen. Also hier muss man ja eigentlich nur rollen lassen, oder? Ja. Aber die nächste Kante ist nicht weit. Wir probieren alles, aber nach drei Minuten stehe ich immer noch da. Ähm, aber ich habe eine gute Idee. Hier kommt man relativ gut hoch. Ich versuche jetzt hier mit vollem Karacho einfach mal rüber zu fahren. Ähm, nicht mit vollem Karacho. Voll Karacho ist zu gefährlich. Okay. Okay. Ja. Juhu. Schlag ein. Yes. Erstes Hinten ist geschafft. Yes. Sehr gut. Ja, die ersten Rolli-Versuche auf dem ruhigen Land sind mir ganz lieb. Aber auch hier muss man aufpassen. Ja, also man muss auf jeden Fall blitzschnell reagieren können und dann auch wissen, was man macht. Dass man gerade bei so gefährlichen Situationen schnell an den Rand fahren kann. Das ist bei mir natürlich jetzt noch ein bisschen schwierig hier am Anfang. Da kommt die kurze Verschnaufpause gerade recht. Gibt es für dich, Emily, manchmal so Momente, wo du gerne mit deiner Schwester irgendwas spielen würdest und merkst, es geht manchmal vielleicht einfach nicht? Natürlich ist es so. Ich akzeptiere es. Es ist komisch, dass mir ausgerechnet diese Sache geschenkt wurde. Ich weiß auch nicht warum. Aber ich versuche das Beste rauszumachen. Es interessiert mich auch nicht mehr, ob jetzt einer sagt, du bist ja doof, du sitzt im Rollstuhl. Das interessiert mich nicht mehr. Ich sage einfach, geh weg und dann nehme ich es noch hin. Kann man auch mal sagen, die sind doof, wenn die sowas sagen, oder? Emily rollt den anderen einfach davon. Inklusive mir. Auf die Plätze, fertig. Los. So kann sich nur um Stunden handeln hier, Emily. Ja, ich merke schnell. Mit dem Rolli und meinen nicht vorhandenen Fahrkünsten dauert alles wesentlich länger. Also ich hätte es nicht gedacht, aber meine größte Hürde ist tatsächlich gerade fahren. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt oder an dem Rollstuhl, aber irgendwie fahre ich immer schief. Und das ist irgendwann echt frustrierend, wenn man gar nicht weiß, was man noch so machen soll. Bergab finde ich schon schwer. Von bergauf fahren ganz zu schweigen. Ohne Hilfe schaffe ich es nicht. Kleiner Trost, auch Emily muss geschoben werden. Der Weg ist einfach zu weit, zu steil. Wie sieht das dann erst in der Stadt aus? Um das herauszufinden, geht's mit dem Zug nach Göttingen. Der Zugbegleiter ist aufmerksam und sieht uns schon am Gleis stehen. Rampe raus und rein in den Zug. Das war einfach. Weil wir mitten am Tag fahren, haben wir auch im Zug genug Platz. Und auch das Rauskommen aus dem Zug klappt. Dank der Hilfe von Emilys Papa. Statt der Treppe nehme ich heute zusammen mit Emily den Fahrstuhl nach unten. So, sogar im Rückwärtsgang. Und dann geht's raus aus dem Bahnhof und ich brauche erstmal eine kleine Pause. Ja, das fand ich jetzt eigentlich ganz okay. Der Fahrstuhl hat funktioniert, die Rampe war sofort am Zug. Und auch im Bahnhof war jetzt nicht so viel los. Ich kann mir aber vorstellen, beim Feierabendverkehr, oder wenn wirklich richtig viel Trubel ist, dann könnte es ein bisschen anders aussehen. Weiter geht's in Richtung Stadtzentrum, wäre da nicht dieses Hindernis. Für Emily ganz einfach, für mich, naja. Weiter, 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 weiter! Weiter! Okay, warte, fast. Yay! Nächste Hürde, über die große Kreuzung kommen. Also ich muss sagen, das sind somit die stressigsten Momente, dass man es in der grünen Phase rechtzeitig rüberschafft. Also da geht einem innerlich schon so ein bisschen die Pumpe. Die vermeintlich kurze Strecke in die Innenstadt fühlt sich für mich wie ein Marathon an. Da bin ich ganz froh, dass mich Emilys Papa schiebt und auch Emily freut sich über die kleine Erholung für die Arme. Wie ist es denn für dich hier so in der Stadt unterwegs zu sein? Ist es anstrengender als jetzt bei dir da um die Ecke? Ja. Warum? Weil ich hier noch nicht so gut kenne und weil ich die Ebenen hier noch nicht so gut kenne. Deine Family ist ja jetzt immer ganz oft mit dabei und die helfen dir auch in manchen Situationen. Ist das schön oder würdest du manchmal auch noch mehr alleine gerne machen? Ich würde natürlich mehr alleine machen, aber wenn es halt nicht geht, dann verlasse ich mich auch auf meine Familie. In manchen Situationen oder an einigen Stellen geht es nicht ohne Hilfe. So wie hier. Eine Rampe gibt es zwar, die ist aber viel zu steil. Einige Stufen schaffe ich auch nicht. Für Emily sind die aber kein Problem. Ein langer und vor allem kalter Tag im Rollstuhl geht zu Ende. So Emily, ich muss sagen, ich bin ganz schön kaputt jetzt nach unserer Stadt und Land Tour. Wie geht es dir? Naja, ich bin ein bisschen kaputt. Also ich muss sagen, ich werde morgen definitiv Muskelkater in den Armen haben. Ich habe mir schon gedacht, dass es anstrengend wird, aber habe es trotzdem unterschätzt. Und was ich auch nicht gedacht hätte, meine Beine sind total kalt. Hut ab, dass du das wirklich tagtäglich machst und so gut meisterst und trotzdem noch so ein süßes Lächeln auf den Lippen hast. Emily fühlt sich, wie sie selbst sagt, nicht gehbehindert, sondern besonders. Ja, und das ist dieses kleine starke Mädchen in jedem Fall. Jenny auf Tour. Mehr davon gibt es immer montags bis freitags bei RTL Nord um 18 Uhr im Fernsehen in unserem TV-Regionalmagazin oder aber hier auf YouTube. Abonniert am besten dafür unseren Kanal. Untertitelung. BR 2018